Er kam, sah und er trifft am Fließband. Oliver Markuz erzielt gegen die Juniors die Saisontreffer 14 und 15. Insgesamt für ihn bereits der dritte Doppelpack in dieser Saison. Kommt er da noch mit beim Zählen? Ja, ich glaube, das geht mit dem Zählen. Da ist alles im Blick. Du zählst ja da auch mit und erwähnst dich darüber, was ich da gehört habe. Und ja, das passt. Erst wenige Tage vor dem Saisonstart kam Oliver im Vorjahr zur Austria und kaum stand er am Platz, hatte er auch schon zwei Tore am Konto. Ja, ich bin glaube ich gut in die Saison gekommen, gleich von Anfang an. Also hat das alles gepasst. Ich habe mich wohl gefühlt. Wir haben gewonnen in den ersten Spielen und ja, das war ein super Start und ist Gott sei Dank auch so weitergegangen. Oliver Markuz ist am Platz eiskalt, doch große Töne spuckt er nicht. Die innere Ruhe ist zugleich seine Stärke am Platz. Nein, ich bin auch ruhig während des Spiels. Also ich bin keiner, der da durchdraht oder irgendwas. Ich glaube, dass ich geduldig bin. Das ganze Spiel über, so wie heute im Jahr nur erste Halbzeit eine Chance gehabt und dann zweite Halbzeit hat länger gebraucht, bis ich zum Torabschluss komme und dann mache ich zwei Tore. Oliver hat viel gelernt in seiner Laufbahn. In der Jugend bei Salzburg und Bayern und im Vorjahr beim Abstiegskampf mit dem FAC. Jetzt will Oliver den großen Traum wahr machen. Auch da lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Berit ist eigentlich ganz egal, was die machen. Wenn wir alle Spiele gewinnen, sind wir am Ende fahren und das ist es, was wir erreichen wollen.